Norddeutscher Rundfunk 2021 Lässige Erfahrung. Schöne Strecke. Es hat das Grennen gebraucht vor der Furka, aber ich bin da und ich bin happy. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Zuerst kalt, dann heiss, dann kalt, dann heiss, dann sieht man nichts, dann sieht man etwas, dann sieht man nichts. Es war eine schöne Veranstaltung, auf jeden Fall.